Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück... ...laut! Zu einer neuen Folge von... ...Let's Play! The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ähm... Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung einfuchsen, okay? Äh, okay? Kamen wir von hier? Wo musste ich hin? Äh, war hier die Karte... Warte mal. Ja, okay. Ähm... Das hatten wir alles? Okay. Was war in dem Gang? Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was es war. Äh... Wo waren wir denn? Oh Gott, oh Gott. Es ist so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe, Leute. Es tut mir leid. Es ist Ewigkeiten her. Okay. Perfekt. Ein Herz hier nehme ich gerne mit. Alles klar. Gut, ähm... Ja, ich... Wie gesagt, Ewigkeiten her, dass ich aufgenommen habe. Ihr habt das Infovideo hoffentlich gesehen. Von hier... Kam ich doch, oder? War ich hier nicht schon? Okay. Ja, doch, hier war ich schon. Wir haben einen Schlüssel... Ah, genau, okay. Ja, 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 ja. Ah, okay, okay. Ich glaube, ich weiß wieder, wo ich hin musste. Warum ist er denn schon wieder da? Ich hab den doch eben erst besiegt. Meine Güte. Ja, wie gesagt, ein bisschen her. Ich hab keine Ahnung mehr, was ich machen muss. Oder wo ich stehen geblieben bin. Aber egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, hier waren... Hier mussten wir lang, ne? Hier war doch irgendwo eine verschlossene Tür, glaube ich. Wo wir den Schlüssel brauchten. So. Erstmal besiegen. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Ich hoffe, es ist alles okay mit dem Sound. Ai, ai, ai. Ewigkeit nicht aufgenommen. Ich hab in der Zeit auch schon... Ach, nee, von hier kam ich. Moment. Hier war der Eingang, ne? Oh. Äh. Lol. Haha. Ja, nice. Ja, nice, würde ich sagen. Stimmt, ja, ja, klar. Aber der Eingang... Irgendwo war doch eine verschlossene Tür, oder? Da hinten? Nee. Hier? Nee. Da oben kamen wir, glaube ich, gar nicht hoch, ne? Kamen wir da oben hoch? Schaut nicht so aus. Okay. Ich geh mal durch die mittlere Tür. Ai, 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 alter. Orientierungslosigkeit. Ja, ich hatte währenddessen auch schon meinen Rechner wieder mal zurückgesetzt. In der Zeit, in der ich nicht aufgenommen hatte. Und... Alle Einstellungen waren weg. Von... OBS, etc. Geh weg! Ach, komm. Komm her. Okay. Ja. Deswegen. Also, könnte sein, dass ich hier ein bisschen... ...verkacke. Ach, Gottchen. Ach Gott. Okay. Moment. Komm, greif mal an. Greif mal an. Okay. Okay. Ja, nice. Okay. Ach, komm. Komm, greif mal an. Okay. Ich krieg das hin, irgendwie. Okay, den hab ich. Nice. Sehr gut. Komm, komm, komm. Ach, komm. Greif mal an. Das war dumm. Ich muss ja gar nicht halten. Stimmt. Nice. Okay. Okay, haben wir. Nice. Noch ein Hit. Noch ein... Nein. Nein, ich wollte doch wegspringen. Ja, los. Komm jetzt her hier. Okay. Ah. Uh. Ah. Nice. Was bekommen wir hier? Wenn wir hier jetzt den Dungeon-Gegenstand bekommen, ne? Warum bin ich dann nicht... Okay, nein. Bekommen wir nicht. Wir bekommen eine kleine Truhe? Echt jetzt? Mit noch einem kleinen Schlüssel? Okay. Dann... Gehe ich wohl doch einfach nochmal den rechten Gang da lang. Ich weiß nämlich... Oh mein Gott, Alter. Ich höre eine Skull-Tooler. Wo? Über mir? Ne. Moment. Wo höre ich eine... Wo höre ich eine Skull-Tooler? Hier? Ne. Andere Seite? Hä? Bin ich jetzt komplett behindert? Ich hab hier doch grad... Ich hab hier doch grad... Ich hab doch irgendwo grad eine Skull-Tooler gehört. Hä? Wo? Hey, wie hab ich die Ebenen nicht gesehen? Wie hab ich die Ebenen nicht gesehen? Alles klar. Okay. Wir haben eine Skull-Tooler. Neue. Goldene. Sehr geil. Gut, dann gehen wir... Ich geh mal kurz eben hier lang. Vielleicht war das hier schon mit dem... Ah, hier war dieser... Dieser... Dieser Dingsblock vorne. Dieser Zeitblock oder so? Ah, geh weg. Ähm. Was war da oben? Okay, erstmal... Wir machen's erstmal nochmal. Ey, ich muss den ganzen Dungeon nochmal kunden, sag ich mal. Ist ja... Übel. Komm her, Skull-Tooler. Ich krieg dich. Mann, ich kann mich doch hier irgendwie ranziehen, oder? Ja, okay. Ein Schritt nach da. Und hoch, und hoch. Skull-Tooler bemerkt mich nicht. Nein. So, was war hier oben nochmal? Ich hab keine Ahnung. Okay, hier war ich aber schon. Hier hab ich, wie es aussieht, dann denk ich mal die Karte bekommen? Und hier? Kann ich da rüber? Wenn ich richtig dran stehen würde. War ich da oben schon? Ich hab... Oh, Leute. Ich hab echt null Ahnung. Ach, hier ist ein Schalter. Okay, dann war ich hier schon. Dann geh ich nochmal runter. Tat nur minimal weh. Ah, komm schon. Okay, komm. Bam. Was? Nice, okay. Okay. Ich muss mich hier komplett nochmal zurechtfuchsen, Alter. Heilige Mutter Maria Gottes. Das ist ja schlimm. Alter, Vater. Okay. Erster Part mal wieder. Und... Komplett boosted. Komplett boosted. Okay, wir gehen einfach jetzt nochmal den Weg. Ich glaub, hier hinten war echt irgendwas mit nem Schlüssel. Deswegen... Eieieiei, ey. Ich bin komplett ahnungslos, was momentan hier den Dungeon angeht. Ist halt, wie gesagt, schon über einen Monat her. Über anderthalb. Dass ich aufgenommen hab mal wieder. Dass ich Zelda Ocarina of Time gespielt hab. Oh, ich hoffe so sehr, dass ich nicht übersteuere oder sowas in der Art. Das wär echt nicht cool. Was ist hier? Hier ist nichts. Okay. Du gehst mir auf den Sack. Geh mal weg. Jetzt werden die auch noch getroffen. Kannst du mal... Okay. Nö. 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 Ich... Nö. Ich will nicht. Ich lass den in Ruhe. Ich lass ihn einfach in Ruhe. Den Boy. Kannst du... Danke. So. Hier hat dich ja schon alles vorbereitet, ne? Hier musste ich ja irgendwas... Da ist ne Leiter nach oben. Okay. Genau. Zu dem Gang da musste ich noch, oder? Oder war ich da schon? Ne. Da kam ich raus, glaub ich, ne? Irgendwie wieder. Oder? Ach, keine Ahnung, Mann. Äh. Musste ich den schieben? Ne. Hab ich hier reingeschoben, ne? Ja, genau. Äh. Verwillung. Verwill... Nein. Link, du sollst da nicht runter. So. Einmal umdrehen. Gucken, was da ist. Nichts. Okay. Was war hier? Nichts. Haben wir den Bogen? Ne, ne? Den haben wir noch nicht. Ne, haben wir nicht. Okay. Was haben wir hier? Ja, genau. Da oben muss ich ja gegenschießen. Mit dem Bogen. Halt. Aber den haben wir noch nicht. Das heißt, wir können ja noch nichts machen. Da könnten wir hoch. Hier könnten wir wieder runter. Okay, dann gehen wir hoch. Und gucken mal, was hier war. Hier ist der Tod? Der Tod. Okay. Was war hier oben? Ich hab... Hab ich Feen? Nein, natürlich nicht. Okay. Ah. Okay. Wenn ich jetzt sterbe, tut's mir leid. Da war die Schlüsseltür. Okay. Okay, nochmal. Komm. Komm. Link, treff. Lange. Oder heißt es Treff? Link, du musst treffen. So. Da ist noch so ein Boy. Okay. Dazu. Link. So schwer ist das nicht zu treffen. Okay. Okay, der ist da unten. Das ist ein bisschen problematisch. Huh. Huh. Okay. Das war dieser... Ah, okay. Dieser Korridor ist völlig verdreht. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Okay. Jetzt kommen wir dem... ...ganzen ein bisschen näher. Alles klar. Achtet auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Äh. Wo denn? Da hängt keine. Aber wir konnten hier sowieso nicht hin. Okay, wir mussten den zweiten Schlüssel noch holen. Alles klar. Ach, hier war doch... Hier ist doch ein Geist, oder nicht? Ja. Ach ja, okay. Dafür brauche ich aber den Bogen. Und den habe ich noch nicht. Ähm. Aber ich kann durch die Tür. Schon mal durch. An mir bekomme ich jetzt wahrscheinlich den Bogen, ne? Bitte lass mich hier Herzen finden. Ja. Herzen. Okay. Okay. Okay, den haben wir einmal getroffen. Alles klar. Wieso kannst du eigentlich über... Wieso kannst du doch rüberlaufen? Über den Abgrund, Alter. Okay, wir haben ihn. Jetzt kommt die Plattform runter. Und noch mehr dieser Boys kommen. Alles klar. Dann will ich zuerst den hier. Okay. Komm jetzt. Mach einen Angriff. Komm. Alles klar. Ah. Komm. Das macht doch einen Angriff, Mensch. Alles klar. Den haben wir noch einmal getroffen. Schön. Noch einen. Noch einen. Oh. Leck. Auf Doom. Okay. Okay. Das wird's. Das wird. Das wird's. Alles gut. Noch bin ich nicht gestorben. Ich freue mich. Dass ich immer noch lebe. Obwohl ich die ganze Zeit so wenig Herzen habe. Soviel zu dem Thema. Nein. Alles klar. Oh ne. Ich muss den ganzen Weg nochmal herrennen. Habt ihr den Soundpack gerade gehört? Oh, ich muss den ganzen Weg nochmal. Oh ne. Äh. Ich hätte gerne Herzen gefunden. Ohne Witz. Das wäre echt fantastisch. Höchst gewesen. Ach, Manu. Ach, Manu. Vielleicht hätte ich hier vorne in den Krügen gucken sollen. Ich wette, hier sind Herzen drin, oder? Ich wette, hier sind Herzen drin. Nein, hier ist Magie drin. Hier ist ein Herzchen drin. Okay, immerhin. Ach, Mann. Leute, es tut mir leid für diesen Part. Es tut mir richtig leid, dass ich in diesem Part so komplett fahle. Aber, ja. Das kann ich jetzt nicht ändern. Ey. Ich hätte vielleicht vorher noch ein bisschen einmal so, weiß ich nicht, Testweise zocken. Sollen, oder so. Damit ich nicht so verkacke hier, aber gut. Und ich glaube, ich muss gleich einmal, ich muss, ich muss einmal hier bei... Kontronereinstellungen einmal das hier. Den Knopf legen. Zum einiges besser, ne? Ja. So wirkt das. Ja, und die Maus vielleicht aus dem Bild nehmen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Und einfach durchspringen. Einfach nur durch. Hier hoch. Genau. Dann hier hoch. So. Dann weiter gehen. Hier hoch. Also nach diesen Viechern, glaube ich, kriege ich den Bogen. Nach diesen Skelettrittern da. Kann ich die vielleicht mit den Bomben besser angreifen? So wie in den ganzen anderen Zelda-Spielen, sag ich mal. Also es gibt ja auch diese, diese, diese Skelettritter-Gegner. Und die muss man mit den Bomben treffen. Dann kann man sie erst angreifen oder so, ne? Irgendwie so war das, glaube ich. Warte? Kann man nur mit den Bomben killen? Ach, ich weiß es nicht. Ich probiere es gleich mal aus. Wo kommt der denn her? Das ist jetzt unfair. Wenn, na, wie, wenn du jetzt nochmal redest, ne? Okay, zum Glück nicht. Alles klar. Stimmt. Und wir müssen... Ah, genau. Damit sich der, der, damit der hier, der Gang gerade ist, muss man über das Auge, äh, auf das Auge schießen mit dem Bogen, den wir da vorher hatten. Wieso kann ich da nicht rüber? Ach, komm schon. Link. Dein Ernst. Du kannst nicht da rüber klettern. Ist das dein Ernte? Ja, gegen diesen Geist und dem Bild können wir halt noch nichts machen. So, jetzt fahre ich mir erstmal kurz ein paar Herzen zusammen. Wenn die welche drin wären, warum sind hier denn keine Herzen drin? Da, eins. Noch eins, okay. Komm her. Wieso kannst du eigentlich über den Abgrund laufen? Ich finde das echt nicht okay von dir. Muss ich ja schon zugeben, ne? Und ich warte jetzt einfach. Ich warte, bis er einen Angriff macht. Mach dann Sprungschlitz. Ah, verdammt. Ja, komm, mach doch einen Angriff. Okay, sehr gut. Noch einmal ein. Okay, den haben wir. Gib doch mir bitte ein Herz. Vielleicht sollte ich echt mal jetzt mal Bomben ausprobieren. Deko-Nuss? Kann ich die mit einer Deko-Nuss betäuben? Ja, kann ich. Wieso geht's jetzt nicht mehr? Ah, jetzt, okay. Komm schon. Bam. Und wieso lag das jetzt so? Heilige. Ach, komm schon. Sei gut, toll. Danke. Okay, nochmal. Und nochmal. Oh, geil. Warum musste ich das vorher nicht? Mann. Ich hoffe, man hört den Sound übrigens nicht doppelt. Weil ich über Boxen den Sound anhab und nicht über Kopfhörer. Ah, warum hab ich das vorher nicht gecheckt? Mann. Aber hier bekommen wir jetzt den Bogen, oder? Komm, gib mir den Bogen. Gib mir den Bogen. Gib mir den Bogen. Gib mir den Bogen. Ich will den Bogen. Den Bogen! Yes. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, ist okay. Ist okay. Danke. Äh, Bogen. Sehr cool. Soll ich jetzt erstmal gucken, was es hier so gibt. Hier kommen wir zu einem anderen Geist, wie es aussieht, oder? Herzchen. Pfeile. Pfeile brauche ich eigentlich nicht, aber ich brauche... Mann, gib mir... Nicht Pfeile, gib mir Herzchen. Oh. Okay. Was? Ist der hinter mir? Ne. Dann wird er oben sein. Ich muss nämlich jetzt mit dem Pfeil da raufballern. Ah. So, und jetzt nochmal gleich unten auf das Bild. Hier ist doch noch eins, ne? Ne. Ah, ne. Hinter mir war das. Genau. Hups. Und... Rauf. Genau. Jetzt ist er da. Geistert nach hier unten. Ne, jetzt muss ich ihn abballern. Warten. Warten. Und wieder abballern. Warten. Warten. Nochmal? 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 Ja, okay. Fünfmal, Alter. Huiuiui. So, dann genau. Das müssen wir jetzt mit vier Geistern, glaube ich, machen. Jetzt bekommen wir, wie es aussieht. Ich schätze jetzt mal den Kompass. Aber wir rennen gleich nochmal zurück. Um den anderen Geist zu holen, beziehungsweise erstmal die Kiste zu holen, wo der Master Key drin ist. Kompass? Kompass. Sehr geil, okay. Ähm. Oh, der Part ist aber vorbei, Leute. Gut. Äh, ja. Guck mal, sind vielleicht neue Herzchen hier drin? Komm schon. Gib mir Herzchen. Bitte. Gib mir Herzchen. Halt! 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 Anlenk! Okay. Keine Herzchen, leider. Okay. Gut. Aber ich bin hier mit dem Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!